Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Mir Thea Luchescu verpasste mit der Türkei die WM 2018 Urheberrecht Getty Images die Türkei Feuer ihren Nationalcoach Mir Thea Luchescu. Unter diesem war man zuletzt in der Nations League abgestürzt. Ein neuer wird schon gehandelt. Der türkische Fußballverband TFF hat Mir Thea Luchescu als Nationaltrainer entlassen. Dies bestätigte der Verband am Montag. Unter dem 73-jährigen Rumänen hatte die Türkei die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2018 verpasst und war in der Nations League in die C-Liga abgestürzt. Günes der Nachfolger Als Nachfolger für Luchescu wird der derzeitige besiegter Trainer Shenoy Günes gehandelt. Günes sei der erste Name auf der Liste, der potenziellen Nachfolger von Luchescu, sagte ein TFF-Sprecher gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP. Günes hatte die Türkei bei der WM 2002 in Japan und Korea sensationell ins Halbfinale geführt und war erst am späteren Weltmeister Brasilien gescheitert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017